Musik Wieder ausschnaufen? Hm. Tönt alles gut. Ich gehöre nichts. Tönt alles in Ordnung zu sein. Ich wollte immer noch mal bei dir mit dem Angewerk deine Hilfe bei der Geburt. Ich mach noch meinen Job. Ehrlich gesagt, ich wollte dich wirklich nie mehr sehen. Und als Arzt konnte ich mir dich überhaupt nicht vorstellen. Sie wurden verprügelt. Ich hab das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich mach meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020